Ja, Servus, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge Silenziums Gedankenwelt. Es ist mal wieder soweit. Ich nehme euch mit auf eine kleine Gedankenreise meinerseits. Und ja, wer meine Podcasts kennt, der weiß, dass ich meistens munter drauf loslabere ohne festes Thema. Meistens, wie gesagt. Und heute ist es nicht anders. Also ich werde verschiedene Sachen ansprechen, die mir halt gerade so auf dem Herzen liegen. Und zuallererst muss ich gleich mal den Fakt erwähnen, dass man im Wald fast kein ruhiges Plätzchen mehr findet. Also ihr seht ja jetzt hier die Videos, die im Hintergrund laufen, die ihr euch anschauen könnt, während ihr den Podcast hört. Ich war im Wald und überall trifft man auf Menschen. Ja, ich meine, klar, so ein geiles Wetter wie jetzt gerade, also heute, das nutzen halt viele aus. Ja, ich spreche jetzt auch hier niemandem das Recht, ab in den Wald zu gehen natürlich. Aber das ist halt einfach so mein Rückzugsort, wo ich mich einfach hinbegebe, wenn ich nicht mit Leuten zusammenkommen will. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen nervig, wenn man nirgends seine Ruhe hat, wenn man nirgends mit sich selbst sein kann. Ja, ich brauche einfach diese Stille, ohne dass ich einen Menschen sehe, ja, Misanthropat. Ja, das ist, finde ich, einfach störend, wenn man da so im Wald ist und so und auf einmal wird man da beobachtet. Da kommen Leute vorbei, sprechen einen an und so. Das ist einfach, ne, da bin ich irgendwie so in Trance fast, wenn ich da im Wald bin, ne. Ne, ich meditiere da so ein bisschen auch vor mich hin immer. Ja, was mich auch gleich zu einem Gedankengang bringt, der mich schon seit geraumer Zeit beschäftigt. Es heißt ja immer, wir sind ein freies Land oder allgemein unsere Gesellschaft ist frei. Und ich frage mich, ist das wirklich so? Ich meine, sicher, man kann überall hingehen, ja. Wenn man jetzt sich nicht mit dem Gesetz anlegt, kann man auch seine Freizeit natürlich genießen und so. Aber ich betrachte das natürlich ein bisschen tiefer, wie ihr mich kennt, ja. Es ist ja eigentlich fast alles verboten. Ich meine, was ist denn das Wildeste, was du heute noch machen kannst? Schreib mir das mal in die Kommentare. Was ist das Wildeste, was man machen kann? Also ganz ehrlich, das Wildeste, was man in dieser Gesellschaft machen kann, das ist, ja, ohne Warnweste morgens zur Arbeit fahren. Also, dass man keine Warnweste im Auto dabei hat. Also, ob man den Nervenkitzel hat, vielleicht werde ich angehalten. Aber das war es dann auch schon. Du darfst keine Musik laut drehen mal, ohne dass gleich sich die Nachbarn beschweren, ohne dass gleich die Polizei gerufen wird. Ich habe ja auch in meinem letzten Stream schon das Hundeproblem angesprochen. Wenn du deinen Hund nicht an der Leine führst, dann wird auch gleich rumgemeckert. Ja, hier ist Leinempflicht. Und das ist einfach so dieses, ja, dieses Feindselige, was in den Menschen ist, ja. Anstatt, dass man sich einfach mal denkt so, ach, scheiß drauf, sollte er halt mit seinem Hund jetzt mal ohne Leine da lang gehen, ja. Aber da wird wirklich sich mit dem Menschen angelegt und teilweise sogar mit irgendwie Ordnungsamt gedroht und solchen Sachen, wo ich mir immer denke, Leute, haltet doch mal den Ball flach, ja. Ihr regt euch wegen Scheißdreck auf, ja. Da, wo ich mir einfach denke, naja, ihr wisst, was ich meine, schätze ich mal, ne. Oder auch allgemein, ja, wenn du irgendwas beantragen willst, dir irgendwas anschaffen willst, dann wirst du mit einem Papierkrieg, Sondergleichen konfrontiert, Bürokratie bis zum Abwinken, wo kein normaler Mensch mehr durchblickt, ja. Man wird mit einem Paragrafen-Dschungel konfrontiert, ja. Und, ja, viele wollen einfach nur noch flüchten von diesem ganzen Scheiß, der uns da umgibt, ja. Ja, aber das ist halt auch unser Land, ne. Ich habe da mal so einen schönen Spruch gehört, ja, in diesem Land wird es niemals eine Revolution geben, das Formular dafür fehlt, ja. Das ist wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht und veranschaulicht das ganze Dilemma. Ja, in welchem wir stecken, ja. Auch ist heute irgendwie immer gleich jeder angepisst, wegen jedem Mist, ja. Wenn man nur jemanden falsch ansieht oder so, ist er schon gleich beleidigt oder legt es irgendwie als beleidigend aus, ja. Und, ja, was ist aus dieser Gesellschaft geworden? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht verstehen. Aber egal, lassen wir das Thema. Ich wollte nämlich noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen und zwar wollte ich den Begriff Mainstream definieren. Da werde ich ja hier und da mal mit der Frage konfrontiert, was ist denn für dich Mainstream, ja. Das ist ja auch so ein bisschen mein Kanalthema gegen den Mainstream, gegen den Einheitsbrei. Und, ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich betrachte das Ganze sehr als individuelle Ansichtssache, ja. Ja, deswegen gebe ich hier nur meine Sicht wieder. Und es gibt natürlich auch diesen objektiven Mainstream, ja, wenn wir jetzt von Filmen reden, ja, mit großem Budget, Erfolg an den Kinokassen, Flucht der Karibik, Hatterringe, solche Geschichten. Das ist gar nicht mal so der Mainstream, den ich meine. Und ich sage auch nicht per se, dass Mainstream immer schlecht sein muss. Ich rede hier eigentlich nur von einem Phänomen, was mir halt in der Film-Community oder auch auf diversen Facebook-Gruppen immer mal wieder aufgefallen ist. Und zwar, dass man immer und immer und immer wieder mit einem Film konfrontiert wird. Sei es in einem Unboxing, sei es in diversen Diskussionsgruppen eben, so Horror-Gruppen, so Film-Gruppen. Ja, da wird immer und immer wieder dieser Film gepostet. Das ist der angesagte Shit sozusagen. Und es wird sich um unbekanntere Filme ein Dreck geschert, ja, so auf gut Deutsch gesagt, ja. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, ja. Da haben dann die Leute immer nur diesen Mainstream-Hit dann gerade vor Augen und kümmern sich gar nicht um die Leute, die halt auch ein paar abseitigere, unbekanntere Perlen posten, ja. Und das muss ich halt so ein bisschen an unserer Zuschauer-Kultur ein bisschen kritisieren, ja. Ich meine, damals Conjuring, das S-Remake, das sind so Sachen, die halt, ne, die ich meine. Man wird immer und immer wieder überall damit konfrontiert. Und wenn du das dann mal nicht gut findest, der dann wird gleich auf dir rumgehakt, ja. Weil Leute es nicht akzeptieren können, dass Leute andere Meinungen haben. Und, ja, genau. So definiere ich Mainstream, ja. Oder auch a Spit on your grave, a Serbian-Film. Das sieht man auch an jeder zweiten Ecke, ja. Und wird dann so als Geheimtipp teilweise noch gehandhabt. Wo ich mir denke, what the fuck? Na ja. Das war es dann auch schon wieder für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Lasst uns über die Sachen reden. Und wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen brauche, um euch zu antworten. Das ist ganz normal. Ich schaue nicht ständig bei YouTube rein. Aber ich antworte euch auf jeden Fall. Also, bis dann. Euer Silenzium141. Macht's gut, Leute. Ciao.